Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, ich bin der Marc. Hallo, ich bin Sonja. Riebe ist die älteste Stadt Dänemarks und war bis zur dänischen Kommunalreform 2007 Verwaltungssitz vom Riebeamt. Musik 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 Vielen Dank. Sie hat 8.257 Einwohner und gehört seit der Kommunalreform zur Gemeinde Esbiak Kommune in der Region Süddanmark. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dem spätgotischen Rathaus und dem Dominikanerkloster, 13 bis 15. Jahrhundert Musik Riebe ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt mit dem romanischen, später gotisch erweiterten Dom. Musik 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 Am nordwestlichen Stadtrand befindet sich die Überreste des Schlosses Riebehus, von dem heute nur noch der Schlossgraben und die Wallanlagen erhalten sind. Musik 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 Im nächsten Video geht es nach Esbier. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank. Musik 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 Musik